Die Tür? Ach, ich muss durch die Tür durch hier. Ja, ich hab jetzt aber glaube ich... Nein, also ihr müsst durch keine Tür durch. Die Tür ist doch keine... Arne hatte recht. Das muss nicht. Hörst du gerne Arne, ne? Was denn? Ich würde gerne mal wissen, wo ihr dahergelaufen seid. Ich probier's hier jetzt nochmal. Also ich mach jetzt noch einen letzten Versuch. Ich hab irgendwie auch keine Rezentration mehr. Das macht ja eigentlich auch keinen Sinn, sag ich mal, weil die 15 schaffen wir eh nicht. Hier ist Schluss, hier ist Feierabend. Ne, es geht darum... Warte mal, wo bist du denn? Jetzt bin ich hier irgendwo hochgelaufen. An so einem Turm? Ja. Der Turm hochlaufen ist falsch. Du musst erst durch so einen kleinen Gang im Stein. Ach, dann weiß ich ja, alles noch, das kenne ich. Da musste man doch hoch, um dieses Dings zu bekommen, ne? Diesen Aussichtspunkt. Ja. Okay, dann weiß ich, wo ich leider... Also gut, Baba, jetzt komm ich mal mit dir mit und hau alles aus dem Weg, was ich kann. Wo bestehst du? Gleich wieder vorne. Die Pain! Die Pain! Ich beschütze hier hinten. Ja, dann wie viel der Doppelauf ist das gerade eine? Der dritte. Dann hab ich die Nase voll. White Bunch.